Ja, ich denke, das war heute ein gelungener Test. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit haben wir wirklich ein hervorragendes Spiel gezeigt. Wir gehen leider mit 0-1 in die Halbzeitpause, wobei wir trotzdem, ich glaube, von der Anzahl der Tormöglichkeiten die besseren hatten. Die zweite Halbzeit haben wir auch gut angefangen. Wir hatten eine hundertprozentige Tormöglichkeit über den Bene Laverti aus fünf Metern, den er leider übers Tor setzt. Und nach dem 0-2, das ist durchaus vermeidbar gewesen, da gab es so ein bisschen Bruch ins Spiel, haben wir nicht mehr so konsequent verteidigt, wie wir es vorher gemacht haben, haben dann noch ein 3-0 bekommen. Ja, und dann war das Spiel ziemlich gelaufen, haben dann auch noch kräftig durchgewechselt und dann ging natürlich auch so ein bisschen der Spielrhythmus verloren, was auch vollkommen normal ist. Ja, insofern war es wichtig, dass wir heute mal der ein oder andere 90 Minuten gespielt haben, dass wir jetzt wieder die Kraft langsam dafür bekommen, weil in zwei Wochen geht es ja schon wieder los. Und ja, insofern war es ein guter Test. Wir haben Viktoria am schönen Busch, das ist klar. Hier regieren die Fans, hier regiert der SVA. Fußball à la SVA. guerrige Musik